COUNTER STRIKE GLOBAL OFFENSIVE 1 2 Ründchen gespielt Oh ja Wie soll ich denn Christian Doppelklicken Browser Tots oder wie einen da an Jo, das kam an Alles klar Ich glaube das letzte mal CS habe ich Keine Ahnung 2003 gespielt oder so Also was auffällt ist direkt bei diesen Server Browser Wie man ursprünglich kennt den gibt es nicht mehr Also AD Standard Server Doch den gibt es doch noch Jaja wenn du Im Hauptmenü auf Community Server gehst Ah, denn es hat direkt scheiße gelaber? Dann kannst du auch nach den IPs gucken Wie dort vorher in dem ganz normalen Half-Life Browser war Okay Cool In dem Endgame Browser Ja finde ich eine ganz coole Sache Die haben die alten Maps übernommen Leicht überarbeitet wohl Aber trotzdem ziemlich cool Also ich geh mal den CT oder T? Äh ich bin noch am Laden Mist prinzipiell egal Okay Ich bin schon zugewiesen worden Okay Ich bin CT Also GameCounterTerrorist Äh Finde ich halt eine Sache Sollte Call of Duty auch übernehmen Einfach in jedem neuen Call of Duty Teil Einfach alle alten Maps nochmal mit rein passen Äh packen Und halt dann zusätzlich neue Maps Ich glaub Nicht dass der Entwicklungsaufwand so groß wäre Dass die mir erzählen könnten Dass sich das nicht lohnt Und dann denkst du wie sich die Fans Darüber freuen würden Hast du eigentlich dein Mikro ausgemacht? Ne warum Hast du mein Ingame Mikro? Ja ja Doch das hab ich ausgemacht Äh genau Denk dran wenn der Spiel zuerst das spielt Müsste Push to Talk deaktivieren Oder generell Aber sonst labert der ganze Zeit im Ingame Und das möchte man ja nicht Altevater Gib mir Na klar Den Bildschirm kennt man Die Terroristen Das Team Terroristen ist voll Der ist ja gut CT Oh der geht auch schon wieder ab Leute jetzt hab ich rausgeflogen Soll ich wieder im Hauptgenü? Kann ich hinterher bescheuen? Äh Theoretisch schon Wenn das aber nicht voll ist Ich glaub hier beitreten Asla Jetzt sieht man wieder an Alter Richtig am Prohn Guckst du gerade in die falsche Richtung kommt der raus Öde Jetzt hab ich mehr Geld als vorher Was das denn? Kaufen wir uns mal die Luftpumpe Was denn die Kaufentaste die standmäßig hast du die umgestellt? B B Alles klar vorbei Okay Antiterroristen Alles klar B vorbei Wir brauchen wir Pistolen Ausrüstung Naja Genau Hier wieder Wie das aufhält Kein Zoom So grafiktechnisch zu den Gucken Unsere ganzen Texturen Ja Okay Ich kann jetzt nicht irgendwie mit einer Frostbite Engine mithalten Ach Quatsch Sieh aber Ist okay Läuft halt dann für mega flüssig Und ich glaub darauf ist es auch ausgelegt Er hat Leck nur hin und wieder zwischendurch Das ist ein bisschen öde Don't Juhu Eine der Sachen die ich nicht so toll finde Achso ne Ist ne Verweiststellung Ich kann die anderen jetzt ausnahmsweise noch nicht sehen Die Bombe liegt hier Ja das sieht auch jeder Oh 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 Hat der mir einen mitgegeben Er Wichser Also das ist eigentlich ein ganz cooler Server Weil ähm Auf den anderen Auf denen ich bisher gespielt habe Auch mit Johnny oder Hardy Da konntest du wenn du tot warst Immer allen zugucken Also auch den äh Dem Gegnerteam Und dann immer schön deinem Kumpel sagen Wenn grad einer um die Ecke kommt Okay Komm schon gib ihm Gib ihm Gib ihm Ach scheiß Wichser ey Das ist kack Ups Tja Auch das sind Gewehre Womit spiel ich denn gerne Uh P90 Ja P90 ist immer gut Auf jeden Au Nice Ich hab schon dick einen kassiert Keine Rüstung mehr Noch 50 Leben Oh god LOL Ist das ein abgefuckter Hurenfreak ey Ja der hat mir auch einen mitgegeben am Anfang Ach das war ne Brandgranate Lol ich dachte das wär ne Blendgranate gewesen Ich wollt mich grad so tierisch aber aufregen Wenn der Typ mich überhaupt gesehen hat Schade Oh noo Bombo auf den Kopf Hahaha Der ist ein bisschen laut Der andere dürfte den gehört haben Hm Er ist einer aus dem Gegnerteamsturm Alter Oh die spielen doch alle zusammen Also die sind alle von FNTR Mhm Mh Bomb has been planted Der Junge das hört sich nach A an Ich glaub der wird das einfach aussitzen Scheint zu hören 5 gegen 1 plus geplantete Bombe Äh 4 gegen einwand War doch weh Wartet peng Schneller 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 2 mal mitgenommen Du hast sogar ein Assists für den gekriegt Nice Ausrüstung Ausrüstung Hatte ich gerne Entschaffungskritt Kevlar Kevlar und Helm Hätte ich gerne Ein bisschen automatisch kaufen Oh automatisch kaufen ist immer scheiße Ach guck mal an Hier auf dem Server muss halt auch kaufen Auf anderen Servern hattest du das nämlich Deswegen hab ich keine Rüstung mehr gehabt eben Ah Also mal direkt einen der besseren Server getroffen Dann ist ja schon mal nicht schlecht Oben Richtung A ist einiges unterwegs Ja 1 2 3 Ich hab direkt wieder einen Header gefressen Ey mit einem Schuss Das war jetzt das vierte mal Ne dritte Leute Die hab ich nicht mal gesehen Aber ich muss das Ganze umstellen Option Tastatur und aus Duckmodus ist Auf Umschalt Na Nicht halten Er schießt aufeinander Sehr gut Nice Alter 2 gegen 1 Rush den doch tot Alter Gib ihn Stimmen wir schon wieder Ah da kommt der Johnny Gib ihn Ich frag mich manchmal Wofür wir überhaupt Aufnahmeräume gemacht haben Wenn die da so auch so Dich alle durchwechselt Wieso ich joint nach? Hast du die joints nach? Sehr gut Dann hab ich nichts gesagt Kannst du nicht das für was von? Brrr Joint nach! Gibt einfach keine Alternative Was hätte ich denn sonst noch? Eine Pistole Äh Gewehr Die sind schon wieder am Weg zu A Oder sind die bei B? Ne die sind bei B Dann geht die Party bei B Das darf echt nicht wahr sein Das darf nicht wahr sein Ihr wisst nicht zufällig ob ihr im Server gerade seid oder? Du kannst doch einfach richtig auf uns nachjoin Ne dann sagt er es voll Ja ist auch voll Ich hoffe dass man so bei einem Community Server oder sowas konnte man früher bei Source zum Beispiel einstellen dass man Äh Ja da konnte man halt einstellen dass man dann nach und nach joint Kann man nicht irgendwie bei Tab irgendwie nachgucken wie die heißt zufällig? Dann kann ich das eingeben Valve CSGO Server 19 World? Valve 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 Und dann weiter? Geht doch einfach zu Rotte 19 Das wär jetzt Quatsch Schön ist das Ich guck gerade ob es überhaupt überhaupt gibt Let's go let's go Let's go let's go Let's go let's go What's the jam? Meinen Seite mit? Oh krass das darf nicht wahr sein wie das für ein aiming die haben er warst du noch mehr kracht du spaß die man eigentlich das wofür läuft man silence drum dann kommen die anderen zwei spassels an und die hüpfen fröhlich durch die gegend wir haben es ja und im arsch kompressor zu also auch in die trage im server es gibt wir dürfen drauf auf den server man kann doch wieder mit den zahlen die waffe auswählen gott sei dank das steht da in dem ring mit recht schon so viele lol alter der gibt einem jedes mal ein hitter das gibt es doch gar nicht wir sind bei a alle also der rest zumindest der bombenträger war doch die die der die 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 da wäre nicht drauf er ist wahrscheinlich auch nicht sicher einer bramme zu play oder der netze wohl kriegen können bernkehren bernkehren setzern geht vor so hin naja als man jetzt mal der wix geht denkt was soll ich eine scheißpumpe wie komme ich damit auch mit richtig kommen auch wieder zurück sehr gut wie frech das ist dass man das nicht so leicht finden kann irgendwie oder ich bin nicht zu dumm naja geil mutter die kommt schon wieder ganz außen über a Kann ich mal einen auf den Homofucker Endlich habe ich mal einen mitgenommen Drei Leute bei A Ne zwei Alter Lippen auf die Eier Die uns abziehen, 1,9 Kann nicht wahr sein Hey, wie viele Runden spielt ihr denn da drauf? Ja, die spielen wahrscheinlich ein bisschen öfter zusammen Ja, stimmt wohl Oh fuck Aha, ich dachte Ach am Arsch Ja, stimmt, wir spielen mit dem Bot zusammen Ja, Bot und Ivan Deine Machen Vielleicht wird die Runde gedreht Aha Mhm Mein Johnny da zack Ja, ich weiß, dass ihr ein bisschen lübig seid Ja, jetzt große Fresse und gleich vermisse dich richtig dick, sagst du? Aber geil Ja, ich meine, wenn man Prost und Affen auch große Fresse haben Ja Terroristen gewinnen Fuck So Ach, kennen die sich schon oder was? Die kennen die sich schon Das ist gut. Kann ich auch, ein bisschen AWP'n, ihr Wichser, ey. Bombe-Licht hier. Hammer von zwei Seiten. Ich bin nicht das Letzte. Ja, toll, die helfen sich jetzt auch gegenseitig, ne? Wenn das ein Team ist. Quatsch, Jay, die gewinnen einfach nur so 1 zu 10. Komm, du Wichser, du willst mich doch. Oh, lol. Auf jeden. One on one. Ja, und da liegt die Bombe und der Typ hat den gesehen. Ah, cool, hier darf man nur Team gucken oder was? Ja. Ah, okay, dann können sie sich ja doch nicht gegenseitig verraten. Ach, das meintest du? Nee, nee. Scheißen, Dreck, ey. Aber so schlecht spielen die nicht zusammen. Neeein. Jetzt hab ich keine Rüstung. Ich auch nicht, keine Unterhabe. Neeein. Scheiße. Na, komm schon, der dumm Wichser. Ah, nee, da hat er bekommen, die Sau. So. Loll. Alter. Genau, da gibt's ja wieder, ne, da, ey. Mit dem Scheiß-Bistollenteil. Macht aber Board. Ich will keine Bots töten. Loll. Na, der Letzte. Johnny gegen vier menschliche Spieler. Na, mach ich, ne. Pass mal auf. Machst du voll. Bleib mich am Arsch. Boah, da war ich so gut dran. Wenn du mir gegeben hast. Ich finde die richtig. Das geilste Robb, wie der erstmal vor die Luft gezielt hat. Sonst wohin, ey. Ja, bla, bla, pass auf. Pass auf. Gib den jetzt richtig nen Header. Ja, jagt mich doch. Ich weiß, dass ihr links von hinten kommt, ihr Wichser. Ich höre euch, ihr Arschlöcher. Pass auf, jetzt spring ich hier unten rein. BAM! Nice. BAM! BAM! Oh, fein. Jetzt kommt der Süße von links ins Sekt dich weg. Hahahaha! Nein! Hahahaha! Achten! Hahahaha! 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 Ich hab den nicht gesehen! Ich hab den ja nur gehört! Ja, ich musste mich ja um andere kümmern. Ich hab den trotzdem richtig krass gegeben, muss ich sagen. Ja, war nicht schlecht. Richtig gegeben in Kopf. Die haben an! Alle! So wie wir sie sind. Hör sich zurück hin und wieder einfach mal auf C, um mich zu ducken. Oh, bei A geht wieder ab. Lukus räumt er mal auf. Bram räumt mit. Bram räumt mit. ABER! Boah! Leck mir am Arsch, ey! Steht er noch am spawnen, oder wat? Ne, der steht unten im Tunnel. Oh ne. Darum wich zu weh, oder wat? Ne, äh, von denen vor der Tür, wenn man von denen kommt vor der Tür legen, ist. Nein! Nein! Wieso bin ich denn immer in der falschen Stelle? Nein! Kriegst er! Ja, sicher! Ist Teambeschuss eigentlich an? Nein. Super, Jay! Bram hat nein gesagt. Aber der war immer ein schöner Headshot. Das tut mir leid. Wir hätten jemand gesehen, der so dumm ist wie Jonas. Ja. Zwei Kills diese Runde geholt. Einmal Christian, einmal die Bots. Ne, diese Runde holst keinen. Die wir nur noch als Gegner haben, weil der Team allesamt disconnected ist. Aber nice. Ach, jetzt muss ich nicht mehr ins Zugucken, oder? Ja, natürlich. Klar. Oh, mann. Ich muss extra rüber gehen, um euch mal zu ficken. Du müsst auch rüber. Jaaaa. Ich, Bot steuern, ja, eh. Ha! Neu, ich kann zu Bot steuern. Boah, der hat ein hammergeile... Oh, Leute, der hat sich nicht mal eine Waffe gekauft. Die fangen, glaub ich, mit 1000er Fall wieder an. Ah! Der Bot, Dr. Jay, hat Christian gekillt. Ja, nice. Im 2 gegen 1, du standst hinter mir. Und da ist der Bram, der Oberwurst. Der Oberwurst. Hast du dick bekommen? Geht. Die fangen jetzt wieder dick, die Finn jetzt. Jaaaa. Deine psychischen Spiechen helfen dir nicht. Hier ist einfach nur Skill gefragt. Was? Oh, verdammt. Boah, leg mir am Arsch. Nice. Ich bin nicht mal gestorben. Das ist aber was. Ach, scheiße. Ihr seid so leise. Das ist so nervig, dass das Spiel mal Teamspeak leise machen muss. Geil. Okay. Keine Ahnung. Wer macht das jetzt automatisch? Na, jetzt bin ich auch gewechselt worden. Ach, ne. Ach, Teamwechsel. Ja, ja. Teamwechsel. Leute, jetzt fangen wir wieder mit 0 Euro an. Ja, ist 0,0. Ne, doch nicht. 12,3. What the fuck? Aber ihr seid jetzt trotzdem noch gegen mich unterwegs. Oh, ja. Mann, wir haben irgendeinen Typ mit einer Bombe. Wer hat die denn? Was hat denn der, dass die aussieht, dass der eine Kopfkrabbe auf dem Kopf hat? Ah, wieso drücke ich ja nochmal das Tee, wenn ich mich ducken will? Das ist doch blöd. Aber man hat gar nicht mehr sowas, äh, wie Schalldämpfer oder sowas, so Second Sachen, oder? Also führt jetzt im 4 hat einer gesagt, kommt halt noch der Felsch. Hm? Ein Hatter, ja, genau, ey. Ja, genau ey. Ja. 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 So, das gab Geld. Lol. So, jetzt geht los. Alter, will er mich verarschen, jeder Scheiß-Bot haut mir jetzt den Smoke vor die Fresse oder was? Wo ich in der Mitte snipern will? Was ist das denn für ein Homo hier? Lol, hat der drei Headys gemacht? Hm. Er hat ja nicht schon wieder alle tot, oder? Geh mit der OMP rumrotzen, der Christian. Komm mal geil. Links Christian, hinter dir! Alter, was geht denn da? Jetzt wieder hin zu dir. Lol! Nein! Nice. Nice, Christian. Ich war mit der Zeit da unterwegs. Scheiße. Da hab ich mich locken lassen. Alter, wie viel Zeit man am Anfang hat. Die brauche ich aber auch, um die Sachen herauszufinden. Also ich kann noch nicht, ich kenne die nicht mehr, diese Tastenkombination für die einzelnen Waffen. Alter! Wer ist denn nicht? Auf die Entfernung hintergekriegt? Ja, irgendeiner hat mich geblockt, der links nicht mehr stimmt. Aber ja, der YYY ist ziemlich gut. Sohste? Der läuft einfach um die Ecke, das ist ein Wichser. Ein Cheater ist das. Das ist einfach ein Cheater, das kann nicht anders sein. Ach ja. Wer hat denn noch einen Headshot? Der ist halt gut. LOL! Der war nicht mal drauf. Das verstehe ich bei der AWK-Kill nicht. Der macht immer einen Headshot. Jeder Schuss besitzt einen Headshot. Zehn Kills, zehn Headshots. Da kann echt nicht stimmen. Aber voll die hohe Ping auf dem Server, ey. Ja, ich auch. Unter Falter. Oh, viele Russen-Server hier. Alter, da verpasst der mir wieder einen Header. Was ist denn? Alter, was ist denn das für eine Scheiße? Ich komme ja gar nicht mal dazu. Zwölf Kills, zwölf Header. Was ist denn für ein Affi? Let's go, my brothers. Let's go, my brothers. Let's go, my brothers. Und schieß auf mich. Was ist das denn? Fick dich. Oh, da ist der Bram. Jetzt neckig weg. Kann man eigentlich noch kaufen? Oh, der Y, 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 Y ist da. Ne, doch, ne, ich wusste den. Ich will den haben, den Bram. Wo ist der? Der Y, 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 Y ist da. Hat er wieder ein Handy gemacht? Da hab ich jetzt diesmal richtig gedacht, dieser 13. Keine Ahnung. Das war ich. Der kam um die Ecke gerannt und hat irgendwer abgeknallt. Ich hab den abgestaubt. Oh, fuck. Noch gehört. Wir fehlen voll die Perks und so. Auf jeden Fall war der drauf. Die Pingser war echt krass. Findest du nicht? Ja. Von Shooter. Oh ja, ich weiß, bei Quake habe ich mich früher aufgeregt, wenn mein Ping über 30 war. Wenn der Ping über 30 war? Hm. Ja, gut. Da kann man sich auch mal drüber aufregen. Dafür hab ich früher extra Geld bezahlt. Fast, fast. Ja. Alles klar. Map wechseln. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Haut rein.